Servus Leute und Willkommen zum neuen Unboxing Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir einen IC Schnellzugwagen von Rokko D74670 aus. Das ist ein 1. Klasse AVMZ der Epoche VI aus der aktuellen Farbgebung. Da ist er ja schon der Wagen, dann gucken wir doch mal. So, schon da sehen wir nochmal den Preisschild. Wir haben dafür 61 Euro gezahlt. 90 Cent, wenn man es genau nimmt. Das ist ein guter Preis. Wir haben ja schon einen von denen. Also schon ein A-Wagen. Wir haben ja schon einen A-Wagen, aber um einen bestimmten Zug zu machen, brauchen wir noch einen davon. Ach, da ist ja auch noch was. Wir haben es vergessen, also gar nicht gesehen. So, da ist es auf. Ja. Ja, das. Das haben wir auch hier schon in unserem Wagen. Sehr schön. Die Kupplung werden wir natürlich noch wechseln zu unserer Standardkupplung. Müssen wir auch hier noch zurüsten, die Bremsschläuche. Das ist ein Abteilwagen, so wie man es kennt. Ja. Maßstäblich. Und ja. Ich glaube, das war es jetzt erstmal mit dem Video schon. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wir werden natürlich diesen Wagen in einem Zugverband noch zeigen. Dann auf der Strecke. Ja. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.